Abfahrt Geil, geil, geil. Was für ein Wetter. Ne, lass auf. Alles gut. So, auch eine kleine Runde drehen hier. Welcome back in Germany. Und dann fahren wir mal eine kleine Runde hier mit Schwiegervatern und Marco. Geil. Schwiegervater mit seiner Ducati 848. Und wir beide mit der Runde gleich. Schwiegervatern, der steht ja richtig auf die Breakout. Der ist gerade frisch abgeholt von der Inspektion. Geiles Ding, ne? Speedfighter. Schwiegervatern. Jaaaa. Jaaaa. Geil. Richtig schönes Ding. Jaaaa. Richtig cool. Das ist wie auf dem Schiff, Alter. Jaaaa. Sieht doch schon geil aus. Wollte ich schon nicht schlecht, ne? Jaa. Hast du alles richtig gemacht. Nur noch das Plastikding in der Mitte, dann ist das Ding safe. Auspuppen. Lenker. Auspuppen. Trennen vorne, das ist schon geil. Jaa ist schon heftig. So ist schon geil. Alleine mit dem Dings vorne. Mit dem Navi. Geil. Das ist ja geil. Vorne das Licht gefällt mir. Marco, ist das mit Blinker Funktion? Hä? Ist das mit Blinker? Ist das mit Blinker? Ah, finde ich geil. Muss ich auch haben. Jajaja. Jaaaa. 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 Der war auf jeden Fall einfach Hammer. Zu Böhr jetzt. Zu den Harley Laden. Wollen wir da hin? Schau mal was. 35. 30.. Tausend Wege führen nach Rom, Alter! Das war mein Tauben-Navi, was uns da durchgebracht hat! Ich war vier Kilometer an der Luft, Alter! Nee, nee, wir sind genau richtig, da war ja alles Baustelle! Am Kreisel kam es nur noch raus! Hier, schönes Hähnchen, Alter, geil! Oh, die hat Dampf, Alter, da kommst du gar nicht hinher! Hast du da Europa-Navi drin oder was hast du da drinne? Das ist jetzt über mein Handy, über Google-Apps! Geil! Nicht schlecht! Fickervater dreht durch! Schön die Reifenbahn fahren! Schönes Ding! Nehmen wir das Ganze rückwärts!